Musik Vom 10. bis zum 13. September 2018 richten Studium Digitale und die GDI gleich zwei der größten Fachtagungen rund um die digitale Lehre aus. Zum 16. Mal in Folge treffen sich Interessierte an den Themen Bildung und Technologie zur E-Learning-Fachtagung Informatik, oder kurz DELPHI. Daran angelehnt findet auch die HDI, die Fachtagung zur Hochschuldidaktik der Informatik auf dem Campus der Goethe-Universität statt. Über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind angemeldet, um sich in Workshops und Vorträgen unter der Fragestellung des Digitalisierungswahnsinns zu informieren, zu vernetzen und die neuesten Entwicklungen und Erkenntnisse im Bereich E-Learning zu diskutieren. Das umfangreiche Hauptprogramm wird mit Gelegenheiten zum Austausch bei Kaffee und Essen, Führungen über den Campus, einem Come-Together im nahegelegenen Lokal oder dem Conference-Dinner mit Abendprogramm am Mainufer bereichert. Musik Wir von Studium Digitale wünschen allen Teilnehmenden eine erfolgreiche und produktive Zeit und bedanken uns bei den Vortragenden, Organisierenden und allen Helfern, die diese Tagung ermöglicht haben.